so hallo und herzlich willkommen bei reddog gamble ich spiele immer wieder free fire max und hier gerade schon mit kein internet was verstand da kein internet ich bin gerade hier mit einem kumpel unterwegs und ich habe schon gemeldet viel spaß bisschen gerade verwirrt gewesen gut danach muss ich noch eine runde wer spielen ich habe da hinten da ist die kiste ich habe da hinten Ah! Jawohl! Nice! Thomas, der mein Kollege hat, was hat mein Kollege? Ah, mein Kollege hat die Thomas, genau. Ich glaube, ich gehe, nein, ich gehe da nicht hoch, ich gehe hier, aufs Dach. Woop, ich bin hier hoch. Was hat mir das? Ah, ja, ja, ja! Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die Gegner sind noch zu dritt. Wir müssen gewinnen. Hallo? Das kann doch nicht sein, dass wir hier verlieren. Das kann doch nicht sein. 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 Ja, zwei mehr Headshot. Supi. Das kann doch nicht sein. 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 Aber ich bin ein Master of Games. Das kann doch nicht sein. Hier hinten ist einer. Nice. Oh. Ich fahre besser Spieler. Glaub ich gar nicht. hier gibt es Ressourcen hier gibt es Ressourcen kein Geld mehr da renne ich jetzt oben rauf auf dem Dach auf dem Dach vielleicht nicht aber zumindest nach oben dann schießt es von oben runter ich habe ja alles allein das war doch schön gut das war die erste Runde jetzt brauche ich noch eine Runde BR mein Kollege der Beste hat gewonnen oh der war gut der Gegner ok jetzt kommt BR Ranked in DUR also zu zweit ich will nicht Sprungmeister werden überlassen ok dann bin ich halt der Sprungmeister bevor er mich erschießt mache ich den Sprungmeister ok dann schauen wir mal wo wir abspringen können dahinten ist ja gleich schon da ist ja nicht so groß die Map Gott sei Dank ok ok Sprung da tritt da 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 so so jetzt sind wir hier cool ist hier können wir uns gleich rein katapultieren nach vorne oh gleich mal ein Scharfschützengewehr nice dann brauche ich jetzt nur noch eine Merkkampfwaffe da war eine ja fangen wir mit der an vielleicht finde ich ja noch eine Torge oder eine Max 7 kann kein abwehrfarbig mhm 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 Hat schon alles durchgecampt hier? Meine Güte, sehr schnell. Gibt's doch nicht. Warte, ich nehme erstmal hier diese Schrottwinte, weil die kann ich dreimal aufwerten, wenn ich könnte. Wenn ich könnte, könnte ich das, ich kann nicht. Nur einmal, da wäre ja nicht durchhüpfen, dann renne ich außen rum. Da ist die Tasche, Level 3, wäre auch nice. Ah, ich habe keine Torge wieder. Schon weg. So ein Mist. Ich würde da noch einmal hier unten reinrennen. Vielleicht habe ich ja hier was, was ich schön finde. Was ist das hier? G36. Ach nö. Ich bin auf dem Weg. G36. Was hat der gehabt? Dreier Rucksack ist dahinten noch, weg ist er, der wird geklaut, wer hat ihn geklaut? Oh, ein Team ausgeschieden, so was hat er, auch nichts was ich bräuchte. Oh, ein Team ausgeschieden, so was hat er. Ich habe doch schon einen Dreier Rucksack, ich dachte ich hätte gerade einen Dreier Rucksack gehabt. Oh, ein Team ausgeschieden. Oh, ein Team ausgeschieden. Oh, ein Team ausgeschieden. Ach jee, ach jee. Scharfschützen gewährnehmen, hochlaufen. In Sicherheit gehen. Nice, ein Schuss. Oh, nice, nächste Team. Noch einer hier. Sieht nicht danach aus, schnell weiterlaufen, bevor die Zeit knapp wird. Oh, wir haben eine Hitlist. Roger. Roger. Hm. Hm. Folgt mir. Aber wo? Nein, auch nicht. Pfeift. Hast du da nicht? Oh. Und das ist so. Gegner gesichtet Gegner gesichtet Ah, das gibt's doch nichts Ach, Mensch Schaut uns den noch zum Rest Zum Ende an, bis zum Ende Super Werde ich mal lieber umgeblieben und nicht hinterher gerannt Das hat mich mein Leben gekostet Ich bin ganz traurig Er hat nichts genommen von mir Ich hatte einen Katar Ich hatte eine Schrollflinte Und ich hatte Ein Scharfschützengewehr Schafft er das noch? Es ist alleine Sein Teammate ist Don't Er alleine Gegen zwei andere Es könnte auch sein, dass jeweils Ein nahe ist von einem Team Also sprich Was macht er jetzt Ach, er will ihn wiederbeleben Isto ein Knap? Gladiator? Jetzt muss er sich noch verbinden Ah, okay Die sind im TeamSpeak Auf jeden Fall Okay heute läuft einer hat er damit verlieren denke ich mal ich denke diese gut eingespielt die beiden unerwartet unerwartet nicht schlecht so dann würde ich mal sagen das war's für heute mit dem video ich sage danke schön fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn du auch in der nächsten Video seid, ich wünsche euch viel spaß und auf Wiedersehen Ciao Ciao